Ein Geiger, der in China musikalische Werbung für Oberösterreich macht. Thymir Melnyk ist sozusagen Kulturbotschafter. Ich träume schon von einem Leberkäsesimmel, ganz oft. Ganz ehrlich gesagt, ich bin in der Ukraine geboren, in Kiew. Und ich muss das Gleiche quasi nochmals durchmachen. Es hat schon sehr lange gedauert, bis ich mich in Österreich zu Hause gefühlt habe. Hier fühle ich mich natürlich als Gast, bin aber mit einer Chinesin verheiratet inzwischen. Der 38-Jährige unterrichtet seit 2020 in China Violine. Auch wenn er sich hier als Geiger einen Namen gemacht hat. Seine Heimat Österreich vermisst er, vor allem das Kulinarische. Wer hier ein Instrument spielt, bekommt Bonuspunkte für die Matura. Unterricht in China ist streng. Schüler gelten als sehr diszipliniert. Und Eltern fördern das musikalische Talent ihrer Kinder. In China, ehrlich gesagt, funktioniert das recht einfach. Dass man Weizen von Streutrenn ist der Wettbewerb. Also der hat hier einen viel größeren Stellenwert als irgendwo. Wobei bei uns, also als Geiger, ob man jetzt einen Wettbewerb gewinnt oder nicht, das ist halt nicht so wichtig. Aber in China ein Wettbewerb ist das ultimative Gütezeichen. In der Provinz Shandong fand der sogenannte Regional Leader Summit statt. Dabei treffen sich seit 2002 sieben wirtschaftliche Powerregionen. Eine internationale Konferenz, bei der auch Oper Österreich vertreten ist. Danke für die Einladung. Zwei Künstler haben Bruckner gespielt. Das ist eine große Auszeichnung. Und wir konnten so das Brucknerjahr auch bewerben. Und die Europäische Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Das heißt, das sind Themen, die ganz bewusst in China auch behandelt werden. Wo wir auch ganz bewusst als Österreich Werbung Werbung machen. Als Oberösterreich Tourismus. Wo wir versuchen, noch mehr Aufmerksamkeit auch für diese wichtigen Themen für Oberösterreich zu erhalten. Am 4. September 2024 jährt sich der Geburtstag des berühmten Komponisten Oberösterreichs zum 200. Mal. Bruckner zu ehren soll die ganze Welt singen. Am 1. Jänner sollen unterschiedlichste Chöre auf der ganzen Welt Locus Istephan Bruckner singen. Und wir wollen auch unbedingt, dass ein Chor unserer Partnerregion in Westkap dabei ist. Und haben das eben angesprochen. Und sie haben uns fix zugesagt, dass sie auch dabei sein werden. Das ist natürlich für uns eine große Ehre. Zum Abschluss der internationalen Konferenz spielen Pianist Patrick Lechner und Geiger Thymir Melnyk ihr Konzert. Das haben wir auch bei diesem Kongress wieder erlebt. Egal mit welcher Region man gesprochen hat. Wenn man gesagt hat, man kommt aus Oberösterreich, hat sofort jeder eine Assoziation gehabt zum Thema Kultur. Wir sehen, das ist unsere Visitenkarte. China ist weltweit Österreichs drittwichtigster Handelspartner. Und ein Liebhaber unserer Kultur. Hier leben echte Klassik-Fans. Und sie sind unsere Kulturbotschafter. Und sie sind unsere Kulturbotschafter. Wir sehen uns die Innovation mit uns. Natürlich auch. Ini ist eineこと。 Ich bin fünf Jahre alt. ich bin der Kulturbotschafter nicht.